Ich bin wieder das Merkwerk geschirft, neue Winkel. Klar ist die Brainstorm, aber wirklich schon ganz doll. Die Redaktion von Late Night Berlin sitzt da zusammen und die schreien sich da an und da wird da gelacht. Es ist kaum ein anderer Arbeitsbetrieb möglich, als was aus dieser Ecke da quillt. Also ich bin da guter Dinge. Da freue ich mich auch drüber. Ich habe auch schon ein, zwei richtig gute Ansätze gehabt auf meinem Auflauf. Und ich gehe ja immer ran, Klaas, wie du meinst. Ja, dafür musst du ja auch, aber ich werde mir dann so, ich werde so mit drei Rechtschreibfehler und mir das so nachts um drei so halb setzen, ins Handy tippen und dann schicke ich das rüber und sage, mach mal. Hallo mein Freund. Das war's. Das war's. Da war's. Das war's. So. Warum ist das eine Tür? cool also so hat es mir noch nie die playstation zerlegt mir das ist da los ich glaube dass das nicht nur spiel was soll mich für messer freigestalten zägezahmen schadet das Müsst du ein Messer spülen oder was? Nee, das schaut mega komisch aus. Richtiges Buschmesser. Ah, da finden wir doch noch einen durch. Richtiges Buschmesser. Müsst du deine Freundin nicht gerade bei dir, Mati, oder ist die nicht da? Meine Freundin ist mit einem Kumpel in der Stadt, glaube ich. Ach so. Ja, wieso? Der Freundin ist schon da, oder? Ja, gleich vorher haben wir kurz gehört. Ich glaube, der ist vorher kurz mit dir geredet. Ich habe immer noch Nutella hinterm Ohr. Ja, das kann passieren. Habe ich nicht mehr, habe ich nicht mehr. Habe ich dir den Analpack in das Ohrmeichel gekleppt? Da kam der besoffene Wolf hier. Was ist das mit Kasten eigentlich? Vorratslieferung, da kommt einfach so eine Lieferung, wenn du die ziehst. Du musst halt hinlaufen. Manchmal kommt die auch vom Gegner, die siehst du auch. Das ist dann, glaube ich, das Grüne. Okay, das ist dann der Grüne raus. Oha, da ist einiges dabei. Ja, das wundert mich gerade auch schon wieder. KMP 40. Was hört hier? Wo? Von mir. Habe ich. Wir geben die Falten. Ohi, da muss steuern ich rum. Ui, wieso rennt der noch in den Schuss rein? Ach, der ist oben, glaube ich. Kann das sein? Ich muss schnell nachladen, alles. Dann gleich wieder da. I'll be back. Wo bist du, wo bist du? Wo ist der Rest? Nein, meine Munnie ist leer! Uff! Hä, Lo, ich bin da voll im Splat! Ich dachte, ich wäre irgendwo an preconfen! Oben ist gleich noch wie am Dach. Hä, das waren Dags. Wo bist du? Wo würde ich dich wieder hoch holt? Außen. Er ist außen auf dem Vordoch, auf dem Vordoch ist drin. Ach so. Oder war zumindest. Ja, lass mal groupen, lass mal alle drei zusammen bleiben. Ja, dann wär so schnell jetzt hin. Lass mal hier die Leiter hoch. Hast du die Scheidekarte kaputt gemacht? Ich war das ja. Da ist eine Sonne drin. Da ist noch einer. Alter, wie steuert meine Waffe rum? Ach, da sind noch welche rechts drin. Ey, das sind noch drei lang. Ich kann nicht aufstehen, ich kann nicht aufstehen. Rechts noch, rechts in der Tür. Einer landet hinter uns. Uff. Warte, ich muss schnell nachladen. Warte, ich muss schnell nachladen. Ach. Soll mal links rum? Ich glaub, ich wieder hängen. E-Mit-Lieb wurde verneutens freigegeben. Nein, noch einer! Das ist gleich der Letzte. Ey, wie viel... Totenstille. Ja, Totenstille. Junge, wie viel Käse haben wir denn da jetzt gemacht? Alter, wir haben nur welche. Ja. Digga, jetzt zeig ich einmal meinen Stream wieder aus. Ich hab jetzt zuerst meinen Stream vorher wieder angekappt. Zeig ich mir aus jetzt. Oh, shit. Bleib zusammen, bleib zusammen. Da hast du auch einer. Ich bin dran. Das ist ein Einzelschuss. Wer ist da aus, ne? Nein. Einer. Stirb doch! Oh, so ist das für eine Waffe! SMR oder was? Das ist irgendeine DMR. Nein, Digga! Ey, ich hab so eine Rotz-Waffe. Das ist echt Wahnsinn. Ach, die... die... die Granate, wenn du die in Pooler kennst, dann kriegst du das im Ding nicht. Boah, läuft. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber wenn du einen komplett füllst, dann bist du sofort wieder... du komplett... alle Platten drin. Ich hab zu irgendeine Waffe genommen. Ich weiß nicht welche. Also... Da war aber noch einer. Oh Gott. Oh, das sind noch viel mehr. Das sind zwei. Der ist rechts... Der ist rechts von den Gebäuden. Der kommt ja vor die Matte. Da sind schaubviele vorne. Alter, warte. Ey, lass hochgehen. Ich glaub das unter uns noch was ist, ehrlich gesagt. Vor mir! Oh! Oh! Oh, wo hat hier? Okay. Die Messer da in dem Heißletzter. Hier ist eine Maschinenpistole! Werfen wir mit Dolmere Braten! Werfen wir mit Dolmere Braten! Nett läuft links zu die Garagen. Die Garagen? Werfen wir mit Dolmere Braten! Ach wer... Hat sie auf dem Marker gesehen? Oh shit! Er hat ja in der Garage hatten fast. Warte. Ich hab ne Betäubung auf die in meiner Garage. Ich hab ein Ding, ich hab... Hä? Wer ist betäubt in der Garage? Ich weiß! Dass ich nur kommt... Alter, wie viel sind denn da? Habe eine Locker! Hinter dem Stein! Schiebwreck! Schiebwreck! Wo sind die? Ich seh ihn nicht! Hinter dem Stein da! Bei mir, bei mir! Werfen wir mit Dolmere Braten! Da, irgendwo! Geh rein! Nee, der ist schon links von mir! Position für dich, Markiere! Ich seh ihn nicht! Oh shit! Ihr habt mich gleich! Ich hab mich noch genau getroffen! Schaut, als ich den Finish! Digga, wo ist der Typ? Digga, wo ist der Typ? Aber wir könnten Decki kaufen! Ah, der brennt! Oh! Der rechts brennt! Der rechts breitet sich aus! Irgendwer ist tot! Da ist einer gestorben! Ja! Ich check's nicht, wo die sind, Mama! Lass schnell weggekaufen! Wo ist denn der Shop? Ja, da! Die Richtung waren noch Gegner davor, gell? Ich würde gerade so gerne eine Drohne holen! Klick von Shop! Okay, Top! Okay, Top! Da da! Das ist sie! Da legt's auch ein Zeug! Ich hab Blamgeld gefunden! Sind die schon zum Blau, oder? Seit wann ist denn die da? Top und auf grün! Und ich hab gerade noch ne Platte bekommen, dass er in den Molotow reingerannt ist! 20 Sekunden nachdem ich den geworfen hab! Ach, hier ist einer gestorben! Jaja, aber der war schon finished! Der war schon finished! Den wollte ich eigentlich finishen! Ja, ich dachte gleich, ich geh zurück und zieh ne Drohne! Warte mal kurz! Ich geh zurück und zieh ne Drohne! Passt du's? Ah, nice! Rutschlag! Da ist wer! Auf grün ist wer! Oh, und hier beim Auto! Radarsuche wird gestartet! Grün obendrauf! Grün obendrauf! Schaut auf mich! Der kommt rechts unter mir! Der kommt... Seht ihr den? Nice! Der brennt nicht, fuck off! Ich hab einen Luftschlag auf den! Der! 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 Ich hab einen Luftschlag auf den! Eingesetzt! Wieso? Genau auf ihn! Ich bin fullstunt! Nein! Den Benzin-Kanisters zu wissen! Da kommt er rein! Da kommt er rein! Ach, läck mich doch am Arsch! Hinter dir! Hinter dir! Das war so ne gute Runde, Mann! Das war so ne gute Runde, Mann! Hä, ich check's nicht! Ich setz nen Luftschlag genau auf ihn! Hittet ihn einfach nicht! Die scheiß Benzin-Kanister, Mann! Die scheiß Benzin-Kanister, Mann!